Hallo und wieder herzlich willkommen zum Finale von Saints Row 4 und ich bin etwas angenervt, weil die Aliens regen mich auf und die Fliege fliegt dann von meinem Gesicht rum. Aber es gibt weiter. Und ich muss mit Asher und Matt spielen. Oh nein, gar nicht runterfallen. Will you bitte deinen Arsch bewegen in diese Richtung? Dankeschön. Damit du mal den Satz vielleicht eher verstehst, weil wenn ich nochmal mit dir spreche, wirst du mir ja nichts tun. Könnt ihr mal aufhören, eurem Pär wie Schwachsinn zu flabbeln? Außerdem habe ich gar nicht gewusst, dass ich jetzt ausgerechnet mit euch Idioten sowas machen muss. Rein für den optischen Eindruck. Passt aber sehr witzig. Oh, schön. Ey, ich hab die scheiß Waffe aufgedrückt. Die macht aber auch kein Damage. Trotz. Kannst du mal nicht verpieh. Kann der mal aufhören wie ein Irrder? Hallo. Wie lange hat das denn Nachwirkungen? Bitte schön. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Wo ist denn der? Komm her. Wo? Ow. Ah, gott. Wo soll ich denn hin? Darüber? Oh. Guck mir ja nicht unter meinen Lock. Liebe Zuschauer. Ja? Ich möchte es euch nur gesagt haben. Boah, diese Bilder. Scheiße, das macht mich gaga. Oh, eine Scheiße. Inklusive dieser Fliege, die da und meint, sie muss von meinem Gesicht rumflattern. Das ist anscheinend die kleine Schwester oder der kleine Bruder von dem Pich, was ich beim letzten Mal platt gemacht habe. Okay, ich hüpfe vom Hoch aus darüber. Gar kein Thema. Das schaffe ich schon. Hör auf auf mich zu schießen. Ich bin eine Frau. Arschloch. Ja, das meine ich so. Ups. Ich sehe nichts. Hallo. Okay, third time's charm. Arsch. Ich muss flacker. Wie ihr seht, habe ich auch ein bisschen meinen Kettel-Skiradio-Stixi ausgebaut. Ja, fah, fih, fuh, fih, fih. Wie viele von diesen Arschköpfen sind denn hier? Und ich bin allein da auf der Plattform. Not cool. Au. Wie viele? Ja, ja, perverse Witz. Ich habe es schon verstanden. Ich habe es schon verstanden. Oh, Mann. Wo? Komm her, du hüpfender Kackfrosch. Du nicht, dein Freund. Schluss mit eurer Kugelkacke. Ja, ja, spring, spring. Du. Deine Bowlingkugel. Wieso kann ich nicht... Ich glaub's nicht. Du hast die fette Dose geholt für uns. Okay, Paul. Hi. Super. Wohin muss ich denn? Danke, Kenzie, dumme Kuh. Danke, Kenzie. Das war auch so einfach. Ich muss das ja auch noch erwähnen. In meinem Kopf. Oh, what the hell? Ah! Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Das Schlimme ist gerade... Erstens, ich seh überhaupt teilweise gar nichts, weil es die ganze Zeit wackelt und pixelt und whatever. Ja, würde ich ja gerne, wenn ich nicht da und beschossen werde, wie eine Bekloppte. Und mein Bild nicht da und so flickeln würde, dass ich nichts mehr sehe. Das ist, glaub ich, gerade das Abartigste an der ganzen Sache. Was ist das jetzt? Dead Island? What? Spiel fortsetzen. Der forscht mich. Oh, Siniek, das ist nicht lustig. Ohne Scheiß. Ah, der kriegt nicht... Leck mich, Siniek. Echt mal. Hm, ich mag deinen Plan, Johnny. Oh, fuck. Ich hab keine Superkräfte mehr. Nix mehr mit schnell. Bla, bla, blie, bluma. Hallo, ihr Ekel-Jos. Oh, naja, gut, ich hab ja ein bisschen Schüsse. Ja, ja, komm her, komm her, komm her, komm her. Ich hasse Aliens, ihr seid so scheiße. Du stinkst. Und deine Mutter ist ein Fisch. Ich weiß nicht, ob ich das beleidigt, aber ich wollte es nur mal gesagt haben. Bless you. Wenn ihr brav seid, schlagen wir euch mit einem Pimmel. Ja, ich hab, glaub ich, noch eine momentan. Nein, ich hab ein Laserschwert. Aber das muss das auch tun. Das sein muss. Wo seid ihr beiden Volldebten eigentlich? Ach, da hinten. Wieso muss ich jetzt... Ja, natürlich, wenn ich die Ausweisung nur gedruckt habe. Oh, Barbie. Sehr intelligent mit deinem Schützlaufen. Drockeln, ohne dich zu... Wo müssen wir denn hin? Da hinten. Ein Heffert-Door, ein Heffert. Oh, mein Gott. Oh. Ihr seid solche Noobs. Jetzt? Ja, würdest du vielleicht mal deinen Arsch hierher bewegen, du dämlicher Vollhunk. Dann könnte ich dich auch covern. Mann, echt mal, du dämlicher Scheiß-Tüpf. Kannst du eigentlich auch mal irgendwas machen? Nein, kannst du nicht, dass du nicht... Kannst du mal für mich anzufassen, du Ekel-Heini? Na, danke. Warum bin ich eigentlich da ins... Ja, dann geh doch mit deinem fetten... Po da hinten hin. Das ist so ein Vollidiot. Seht ihr das? Du steht da vorne rum. Oh, ich werde angeschossen. Oh, mein Gott. Ja, ehrlich. Für was hast du eigentlich eine Waffe in der Hand, wenn du nicht schießt? Also, dass du rumschneidst wie ein Mädchen. Kann der Alien mal verrecken. Was zum... Wo kommt der denn her? Ich glaube, ich spinne. Wie lange muss ich euch denn noch... Na, danke. What the fuck? What the fuck mach ich jetzt? Was ist jetzt? Was ist jetzt? Ich bringe hier einen auf Dead Space, oder was? Ich krieg die Krise. Nein, die ist schon... Dead Space vs. Muzzlefick vs. Migräne. Pfeil. Versus what the fuck. Ist das schon wieder für eine Waffe? Unendlich. Oh. Ja, ne, ist klar. Ich bin total overpowered jetzt, oder wie? Wuuu. Lass mich mal hier raus. Ups. Was ist das für ein Lied schon wieder für... Oh nein. Die macht das von alleine übrigens. Okay, now all you need to do is make it through the ship's infrastructure, take out all its defenses, and there might clear a path for us to get to Zinyak. Is that all? All you ask to do is blöd rumfliegen, und es geht schon wieder nur Seitenverkehrt. Das ist toll. Ich kann nicht schießen. Au. Irgendwas hat mich getötet. Das war nicht witzig. Ja, ja, ich bin gestorben. Du kannst mich mal... Oh, Schatz. Wie kann ich denn nach oben fliegen? Oh nein. Ja, ne. Ist klar, ihr könnt mich mal... Ich bin gestorben. Die GEMA findet das gleich wieder nicht sexy Weil hier schon wieder ziemliche Musik spielt Oh yeah Strom, Strom, Strom Ihr wisst schon, dass ich eine schlechte Nachricht für euch habe Nämlich, dass das nämlich unendlich ist Also diese Mission, ich meine ja nur Ich kann die ganze Zeit das machen Und mehr, du mir egal Ich bin Megaman Frau Ah, ich see Oh ja, mal wieder ein, komm Upsi Fucky, fucky, ficky, fuck Bin ich tot? Ich lebe noch Oh nein, 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 nein Oh, wie fach Ja, kein Wunder, wir sind ja auch an Bord Und diese Musik dazu La 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 la, we got the power Du kannst mich machen Ach, das war Joffrey Ich muss genau so scheiße wie Joffrey Zinniak Zinniak Aber schon, ich hab's wieder Ich hab nichts gesagt Ich hab mich auch nicht beschwert Na, ganz toll Der hockt tatsächlich auf so dem Thron Ich glaub ich spinne Oh, die Empire Watching me, 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 me Oh, shit Oh, das ist ganz toll Das freut mich wirklich riesig Oh, fuck Ja, natürlich Ich als kleine Frau Kämpfe gegen einen fetten Alien Das ist doch wohl Narschicht Witz Uh Nimm deine Griffe von mir Du perverser Deine Füße Okay, einigen Wenn's doof Dass du mich einfach Mit keinem von deinen Körperteilen Anpassst, okay Das schon wieder los Oh, natürlich Ist schon klar Hat jemand einen Dosenöffner für mich Ja, das kann man auch sagen Ui Legt mich Am Arsch Kann ich dir eine Nusser schießen? Ich kann mir eine Nusser Oh, ich stehe schon Du drehst dich in meine Richtung. Ich schieß dir mal in den Arsch. Ah, ich hab mir das letzte Tat. Scheiß Trotto. What the fuck. Äh, Ua, I, Ua, I. Ach so, die explosieren. Oh, wie toll. Danke. Ich würd sie nicht so nahe ankommen lassen. Wirf Sitz auf was? Oh, toll. Oh, toll. Oh, das ist es. Piu. Bom. Bom. Wir sehen uns über das. Ich hab die Krise. Lass mich doch mal in den Ruf. Oh, nein. Nein. Was? Wie viele von denen? Verpiss dich. Ey, das ist echt arschig. Au. Viel Spaß da drüben. Oh. Oh, oh. Leck mich am Arsch! Töte die Arschgesichter. Wo ist mein Stammfies? Nein, ich bin voll daneben vorbeigeflogen. Boom! Verpisst euch! Kennt ihr Tod von oben? Nein? Vielleicht kennt ihr Stammf! Ach Gott! No more hiding for you, Zinn-Yak. Don't expect it to be that easy for you. Damn it all! Getz... Getting a little worried here, guys. Kinsey! Sid! Keith! Anyone! To paraphrase the writer William Shakespeare, Alles, was lebt, muss sterben. Selbst eine Sink. Ich jetzt mal diese... Du mein scheiß Kugel hier. Ja, vor allen Dingen ist es nicht gut, dass ich nicht Sinksen kann. Ach, ihr seid auch mal da. Danke, Idioten. Ey, was soll denn das? Die schmeißen mich da einfach runter. Wenn ich Glück habe, bist du so lahmarschig, dass ich das schon fertig habe, bevor du mich schlägst. Au. Ja? Siehst du? Gut. Also doch stampfen. Ach nein, das war zu langsam. Kannst du mir dich verpissen, du Auge? Ach, du Minen-Heini, ey. Das ist so ein Arschgesicht. Oh. Ja, ein hässlicher Robot, das sagt. Uh. Ah. Uh. Aha. Pisskopf. End of the road, Zinyak. This changes nothing. Ja, es tut eine Ahnung. Au. Da müssen sich wieder irgendwelche Tasten kommen, die es drücken bei meinem Glück, oder? Where's your army to help you now? The legacy of the Zinn Empire will continue to live on. Äh, E. Jetzt. Äh, das ist voll ekelhaft. Aber du hast es verdient, du scheiß Alien. Ich hab dich oft genug gewarnt. Äh, weh. Puh, 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 puh. Oh, das ist eklig. Äh. Hm. Musste das unbedingt sein? Das ist ekelhaft. Wirklich ekelhaft. Inklusive der Wirbelsäule. Hm, lecker. So, wollt ihr den scheiß Chef wieder haben? Ihr blöden Idioten von Alien. Was ist denn jetzt wieder los? Ja, ne, ist klar. Doch. Jetzt haben die Seins den Game of Thrones-Dingsel. Eingenommen. Den wirst du. Den all sind halt Dronen. Ich hab hier einen. Was mach ich jetzt mit so viel Aliens? Wer bist du denn? Ich meine, er hat sich gerade vorgestellt, aber... Zeitreise. Whoa, whoa, whoa. Time travel? Zinyak war fasziniert mit der Earth-Kultur. Er hat es einen Punkt gemacht, um zurück zu gehen und eine Menagerie von seinen Lieblings-Humann zu bauen. Don't tease me, you excellency. Let's go on a field trip. Ich glaube, wir haben das gute Ende geschafft. Ja, wir haben das gute Ende geschafft. Da, wo sie mit der Zeit... What the fuck? Hab ich da für ein Outfit an? Ach so, ja, gut. Das hab ich mir ausgewählt, aber das sieht so komisch aus, wenn die da tanzen. Warum tanzen die? Ja, Party-Outfit für euch. Hui! Hoffentlich fällt ja nichts raus. Wenn die schon halbnackt rumrennen, dann darf ich das auch mal. Was wackelst du da rum? Oh mein Gott. Jetzt sagt nicht, die tanzen da jetzt jeder Einzelne. So tip up your cup and throw your hand up And let me hear the party say I'm kind of bars, never thought you were in the house. This is how we do it. 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 You are my neighbor, she got much flavor. This is how we do it. This is how we do it. Das ist Kamesans gutes Tanzschini mit Miller. This is how we do it. Oh, seine Freundin. This is how we do it. 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 To all my neighbor, she got much flavor. This is how we do it. Let's flip the truck in the old school bath. This is how we do it. This is how we do it. I don't know if Sid's date with the Kiffershundi. I don't know if Sid's date with the Kiffershundi. So tip up your cup and throw your hand up and let me hear the body say you're in the middle school bath. Was ist das? Wie sieht das so aus? Vorhin die Kamera da reingepokst. Oh, Kinsey. Du hast auch ein komisches Artfit an. Vorhin den Ausschnitt. Ja, Kinsey. Pierce im Chinaman-Outfit. Oder Samurai. Oder was auch immer. Oder was auch immer. Was Kiffshundi ja eigentlich. Na ja, der Trottel. Keith Day mit der Arsch. Der ist tot. Wie kann der nochmal da sein? Schlag den Alien. Ja. Ja, ja, Siniak. Kannst du mich mal. Mal gucken, ob noch was kommt. Ich meine, haben wir das große Finale geschafft? Jump. Oh, ich bin der Iron Saint. Toll. Ich kann die Tageszeit kontrollieren. Oh, da kommt tatsächlich noch was. Wenn die Novelte aus dem Schafen-History warst. Die Saints, die Sten, erinneren die Wörteren der Zincai. Ist das alles? Es ist hart zu sagen, Herr Exzellenz. Zinniak war werken. Und das, meine Freunde, ist wie ich zuerst, die Sten. Ah ja, ich kam, ich sah, ich siegte. Aufgabe abgeschlossen. Und mit diesen Bildern verabschiede ich mich vom Let's Play von Saints Row 4. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß mit den Saints wie ich. Eventuell kommt ja irgendwann mal ein Teil 5 raus oder ein DLC. Dann können wir uns ja wieder einfinden mit den Saints. Vielleicht sogar in einer Art Koop. Mal sehen, was sich bis dahin so entwickelt. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn ich euch auch bei meinen anderen Let's Plays begrüßen dürfte. Und ich freue mich immer über eure Likes und eure Kommis. Und wie gesagt, bis dahin sage ich einfach mal Ciao, Ciao! Und wie gesagt, bis dahin sage ich mich.